Herr Reinhardt, Marktleiter von McDonalds Berlin. Wir haben ein Problem mit diesem Cheeseburger. Wir haben schon alle möglichen Experten gefragt. Können Sie das untersuchen? Herr Weber, ich habe schon Krebs geheilt, bevor es mir schon Krebs gab. Ich verspreche Ihnen eine gute und schnelle Untersuchung. Herr Weber, wir haben halt wie gesagt einige Untersuchungen gemacht. Wie Sie sehen können, sind hier eindeutig so viele Gürkchen drauf. Ich werde Ihren Cheeseburger als erstes in die Mikroberle stellen. Und dann werde ich per Eingriff die Gürkchen ausoperieren. Messer! Bitte, Chef. Pinzette! Bitte, Chef. Földum! Bitte, Chef. Fuck, wieso geht das alles nicht rein? Ich liebe es. Ich liebe meinen Job. Herr Doktor, Herr Doktor, was macht die OP? Er hat die Operation leider nicht verstanden, Herr Weber. Aber es wäre sein letzter Wille gewesen, wenn Sie diese Verpackung mitnehmen. Ich liebe es. Ich liebe es am Arsch. Sie werden als nächstes sterben. Ich liebe es. Ich liebe es. Untertitelung des ZDF, 2020